Guten Morgen liebe Menschen, hier ist euer Tommy von Weigels Wilder Welt. Im Hintergrund seht ihr eine Hütte, im Hintergrund seht ihr ein Zelt, im Hintergrund hört ihr Vögel und Teiche gibt es auch noch. Die Sache ist, wenn ihr wissen wollt, was ich hier in den letzten zweieinhalb Wochen erlebt habe, denn, kleiner Spoiler, ich habe hier die letzten zweieinhalb Wochen gewohnt, was ich alles gemacht habe, was ich alles erlebt habe, dann bleibt dabei, morgen Abend, am Sonntagabend, wird ein Video erscheinen, wo ich euch das alles erzähle und ich nehme euch mit auf eine kleine Reise, einen kleinen Urlaub inmitten der Natur. Ich freue mich auf euch, euer Tommy von Weigels Wilder Welt. Ciao!